So, ein neues Video heute. Wir machen heute von Oberwiesenthal aus nach Tschechien zum Wirbelstein. Auf tschechisch Meluzina, glaube ich, wurde das ausgesprochen. Wetter ist heute mal gut, mal kein Nebel, also noch nicht so krass zumindest. Ich hoffe mal, das bleibt so und mal gucken. Ich freue mich auf jeden Fall. Also die Landschaft im Winter ist einfach hier mega, mega geil. Also das ist einfach wirklich grandios. Brauchst du nicht irgendwo hinzufahren, hast einfach den Schnee und die Landschaft direkt vor der Haustür. Einfach total geil. Ich habe jetzt schon mal ein paar Aufnahmen mit der Drohne gemacht. Die hänge ich da mit hinten ran oder zwischendrin oder mit rein. Mal gucken. Auf jeden Fall. Wetter hält durch. Schon mal sehr gut, mal kein Nebel. Mal gucken, wie es dann oben aussieht. Einfach herrlich. Mal gucken, wie das Wetter allgemeiner so bleibt im Dezember. Auf jeden Fall ist es mal besser als im letzten Jahr. Da war ja dann erst, ich glaube, am 24. rum richtiger Schnee. Aber jetzt ist es schon geil mit der Sonne da. Wahrscheinlich einfach jetzt gerade alles weiß, aber egal. So, wir sind jetzt oben. Sehr, sehr schönes Wetter. Bisschen windig, aber einfach grandios, die Aussicht. Optimal. Ich weiß nicht. Mit der Drohne wird das mal eher nichts. Weil es einfach mit dem Starten schwierig ist, aber ja. So, nächste Tour ist geschafft. Heute Wurbelstein. Abgeklauert. War es auch schön. War relativ kalt, aber auch ziemlich sonnig dann zwischendurch mal. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Spere häufiger. Untertitelung des ZDF, 2020